Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem Opening von dem zweiten Dezember Tag zu dem dem Expressen zweiten Thürsen vom Nintendo Adventskalender. Heute leider bin ich nicht in der Weihnachtshütte, denn ich bin zunehmend ein Aufnahmestudio für die Game-Account. So, die er heute um 15 gestartet hat, wenn ihr das Video im Nachhinein seht und deshalb da bitte einfach nicht wundern, weshalb ich da auch ohne Facecam-Dasetze. Ab morgen wird das dann wieder live von der Weihnachtshütte sein, wissen wir ja alle. So, wir gehen direkt ganz schnell, es ist heute wirklich so ein kurzes Video, morgen wird es vielleicht länger. Ihr wisst, da ist es nur, vielleicht für die, die noch nicht wissen, was Sache ist, den internen Adventskalender öffnen bis zum 24. jeden Tag und heute am 2. Dezember gibt es 20 Cowards für Dragon Quest. Streiter der Sixer als Stefan und Stefan. Das ist cool, ihr müsst einfach hier unten drauf gehen, das ist bei euch nicht verkraut, bei mir ist es verkraut, weil ich nicht teilnehmen kann. Mein Account, der ist in der Amerikaner, da geht damit nicht. Ich habe auch ein normaler Hauptaccount, aber damit bin ich hier natürlich nicht angemeldet. So, auf jeden Fall, das gibt es heute zu gewinnen, wenn ihr es gewinnen wollt, dann macht ihr gerne Miet. Link zum Kalender, wie immer, in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns morgen am 3. Advent wieder, alles noch und schön, rechtlich am 2. Advent. Haut's rein! Und ciao!